Wie ist das eigentlich mit der Altersfreigabe bei Videospielen? Darf ich die Spiele nur dann spielen, wenn ich das angegebene Alter habe? Oder ist das nur eine Empfehlung? Ab welchem Alter ist ein Spiel freigegeben? In Deutschland regelt das die OSK, Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle. Und schaut mal, diese ganzen Zeichen hier, die kennt ihr. Aber muss man sich daran halten? Spiele leben auf jeden Fall. Wenn ein Spieleladen einem 10-Jährigen ein Spiel ab 12 verkauft, ist das verboten. Zu Hause ist das anders. Da entscheiden letztendlich die Eltern, welche Spiele gezockt werden dürfen. Die OSK prüft, ob ein Spiel Angst macht, eklig ist oder viel Gewalt enthält. So, das war ganz schön auf den Punkt. Jimmy, bist du mitgekommen? Ja, ist eine Menge Holz. Diese Frage hat uns auf Team Timster erreicht, unserer Internetseite. Link dazu in der Videobeschreibung. Du kannst auch mitmachen, schreib uns auf teamtimster.de. Da auf der Seite einfach ein bisschen nach unten wischen, auf Soraya und mich klicken und da deinen Namen und deinen Wunsch eintippen. Und zack, landet deine Idee bei uns. Ich bin schon mega gespannt drauf. Ciao!